Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Animal Crossing New Leaf, die 100 Tage. Das hier ist die zweite Woche jetzt und ich hab ein bisschen was gemacht und zwar in Century ist es 14.50 Uhr, was gerade gar nicht sein kann, weil ich zu der Zeit jetzt tatsächlich in echter Zeit streame. Ich hab die Uhr eingestellt, dass sie 5 Stunden später, also in Century ist es 5 Stunden später als in echt jetzt bei mir, ja? Es ist 9.50 Uhr, ja? Wollen wir loslegen? Ja, kein Losgehen, Mann. Oh, hauserei, Melinda. Gott, wie geht's euch? Ich bin müde. Ich hatte gestern 12 Stunden lang Ouigis gesucht. Ihr werdet sehen, wie es lief. Ah, was ist jetzt? Unser ehemaliger Bürgermeister ist heute zu Besuch. Du solltest dich ihm vorstellen. Herr Turdell! Oh nein. Hallo, Jungspund. Ich bin Turdell. Ich war früher einmal Bürgermeister von Century. Hi, hör auf. So, so. Du bist also die neue Bürgermeisterin, von der man so viel hört von ihr, richtig? Ich als ehemaliger Bürgermeister interessiere mich natürlich dafür, wie die Dinge gerade so stehen. Da wollte ich mal an U sagen. Da habe ich ja wirklich Glück gehabt, dass ich dich heute hier treffe. Inzwischen genieße ich meinen Wohlstand auf einer schönen, sonnigen Insel. Auf meiner Insel gibt es keinen Wintern. Da guckst du ganz schön an dich aus der Wäsche. W-w-w-w-wäsche, was? Du solltest mich dort unbedingt besuchen kommen. Wenn du zum Anleger am Strand kommst, erkläre ich dir auch, wie du das am besten anstellst. Bis später, Sprössling. Ja, wir machen das am Samstag. Samstag ist Inseltag. Nicht Montag hier. Nee, 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 nee. Da müssen wir nämlich die Endsternis für die Rüben sammeln. Auf einer tropischen Insel muss es wirklich traumhaft schön sein. Ich bin direkt etwas neidisch. Ich habe zwar schon auch einige Einladungen bekommen, aber ich finde einfach nie die Zeit dafür. Und deswegen war ich bis zum heutigen Tag noch nie dort. Als du dorthin gehst, musst du mir unbedingt davon erzählen. Ich will alles wissen. Ich bin wohl etwas abgeschweift. Tut mir leid. Ja, solltest du auch. Guck mal, du hast zwei Minuten schon verschwendet. Ja, rein da. So, wir haben gestern mein Haus abbezahlt. Und scheinbar hätte ich zu Nuki gehen können und das nächste Haus in Auftrag geben können. Aber das machen wir dann heute. Uh, ich sehe da einen Brief. Warte mal. Hätte ich den Brief nicht mehr weggeschickt? Ich habe den Brief nicht mehr weggeschickt. Heinz, was hast du da? Liebe Sportsfreundin, danke für deinen Brief. Er hat mich echt motiviert. Ich will schnell genug laufen, um durch die Zeit zu reisen. Gestern weißt du, ob es geht. Immer am Ball bleiben. Ob er wirklich durch die Zeit gereist ist? Heinz, hast du es geschafft? Holy shit, Heinz. Ich weiß nicht, ob Heinz es geschafft hat. Aber, weil wir jetzt Nachmittag haben, sollten wir definitiv ein paar neue Tierchen finden können. Alle Leute sind wach. Huschke ist ja direkt auch schon da. Was ist da, Huschke? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mit dir reden. Nach dir habe ich gesucht, Wully. Willst du etwas Bestimmtes? Plaudern wir. Wully, kannst du mir kurz einen Blick drauf werfen? Geh mal nicht einkaufen, Brie. Erinnerst du dich noch? Das ist der erste Brief, den du mir geschickt hast. Den bewahre ich auf wie ein Schatz. Und, bist du nicht einkaufen gegangen, Brie? Und, unser Kirschbaum ist gewachsen. Einen Baum, den wir gepflanzt haben, aber so wie ich gehört habe, der hat wohl nicht genug Platz zum Wachsen. Ich habe mir das gemerkt. Passend auch, dass wir jetzt... Wer bist du? Wer bist du? Lebst du hier? Ah, du bist Caroline. Ha, ich habe es geahnt. Hier wohnen echt abgefahrene Leute. Ich bin Caroline und du? Wully, ja? Willst du gleich mal ein Autogramm von mir? Nein. Nein. Hey, es geht, Kolala. Kolala, Zeit zum Tratschen. Weißt du, was komisch ist? Sich seine eigene Hütte von außen anzugucken. Und hier sieht es voll nett aus, was? Man würde nie ahnen, was sich drin alles abspielt. Was ich so anstelle? Ich mache da nur Spaß, Gänseblümchen. Aber ernsthaft, geh besser nicht rein. Okay. Ich gehe nicht rein, wenn du das sagst. Im Gamecube-Teil, wenn die Bewohner in der Nähe waren, also im OG, dann konnte man tatsächlich ins Haus rein. Seit Wild World geht das nicht mehr. Die müssen halt selber zu Hause sein. Das ist super interessant. Du kannst einfach in deren Haus rein spazieren, obwohl sie nicht da sind. Und noch mehr Blumen, die kaputt sind. Leute, ist meine Stimme echt ein bisschen am Arsch. Ich meine, wenn man so viel streamt wie ich gestern, da passiert es manchmal vielleicht, dass es nicht so leicht den ganzen Tag zu reden und sich richtig hinzusetzen und mit den Leuten zu reden. Oh mein Gott, da bin ich schon erwähnt, dass man mit den Leuten reden muss. Man muss den ganzen Tag labern. Mensch, Mensch, Mensch. Das, was hier sehe ich da. Meins. Yes. Yes. Das Graben hat sich ja sowas von gelohnt. Hier in der Ecke auch. Was ist? Also, da sind auf jeden Fall eine Menge, Menge, Menge Kirschen wieder. Was großartig ist. Und ein Kirschbaum wächst hier schon mal schön. Aber den anderen, den ich weiter unten gepflanzt habe, der wird wahrscheinlich nicht wachsen. Werden wir nachher mal austesten und dann zur Not halt ausgraben. Ja, habe ich halt reingeschissen. Passiert manchmal, okay. Ich bin Anfänger, was das angeht. Ich bin kein Obst, äh, Gärtner, Spezialist oder so. Oh. Und leider hat das mit den Kirschen, ähm, Versenden bisher noch nicht so geklappt. Ich muss halt den Brief an Kalle senden. Das wird super wichtig. Kalle, bist du zu Hause? Bin auf Nahrungssuche. Das, äh, heißt wohl nein. Er ist nicht zu Hause. Wir gehen erstmal zum guten Nuki. Und der hat definitiv hier, äh, ne? Hä? Er muss hier mal mein Haus upgraden, der Mann. Mr. Mr. Nook, Sir? Mr. Immunook? Komm, Nook. Hallo? Warten. Da ist er. Oh nein, da ist Fred. Willkommen, willkommen. Ja, äh, ja, Fully, du kommst genau zur richtigen Zeit. Lass mich dir jemanden vorstellen. Oh nein. Das hier ist Fred. Der Sonderberater der Akademie des schönen Hauses. Er kommt in Zukunft täglich her und bietet Ratschläge für den Bau prächtiger Häuser an. Hey, du da. Hallo. Ich? Er hat es schon gesagt. Fred. Akademie des schönen Hauses? Ja? Wer für Filiale zuständig? In Century. Zack. Oder? Bürgermeisterin? Du? Dieser Stadt? Was ein Zufall. Hast du ein Haus in Century? Glückwunsch. Gute Wohnverlage. Akademie des schönen Hauses? War klein. Bescheiden. Spezialisiert auf Zimmer. Nichts weiter. Jetzt? Nicht mehr bescheiden. Wachstum, Explosion, Erweiterung, ganzes Haus? Na klar. Zack. Arbeiten, Tag und Nacht sind die Experten. Unsere Mission? Häuser. Toll. Leute glücklich. Gehen mit der Zeit. Neues Konzept. Zukunftsfähig. Alles in Butter. Akademie des schönen Hauses. Ha. Das hier hat die Monocke eingerichtet. Nur für den alten Fred. Zack. Haha. Warum? Ich? Du? Erfolg? Zack. Geschäftsbeziehung? Zukunft? Aber nur für Mitglieder. Hast du Fragen, Fully? Brauchst du Rat von meinem Fred? Komm vorbei. Bin immer hier. Fast immer. Zack. Du hast gehört, was er gesagt hat. Wenn du Fragen zur Einrichtung hast, musst du dich einfach nur an Fred wenden. Ja, ja. Nuke. Oh. Da fällt mir etwas ein, Fully. Irgendwann, dass du den ganzen Kredit abbezahlt hast. Sehr gut. Ja, ja. Ich wusste von Anfang an, dass du unsere Vereinbarung einhalten würdest, Fully. Also, findest du nicht, dass dein Haus ein bisschen klein ist? Ja, ja. Ich muss sagen, ein größeres Haus würde dir ausgezeichnet zu Gesicht stehen. Mehr Platz für tolle Möbel. Oder um sich einfach mal austoben zu können. Wenn du Interesse hast, sag mir einfach Bescheid. Ich will mein Haus. Ja, ja. Du bist wegen deines Hauses hier. Ich will es vergrößern. Fully, Zeit dann auszuvergrößern. Ja, ja. Mit einem Kredit von 98.000 Sternen könntest du diesen Traum erfüllen. Bereit? Auf geht's. Sehr gut, sehr gut. Ich leite sofort alles in die Wege. Interessant, dass der Kredit aber jetzt günstiger ist als der alte von 120.000 oder was das war. Deine Arbeiten sind morgen früh abgeschlossen. Du bist bestimmt ganz aufgeregt. Ja, ja. Ja, ja. Erstmal wieder Schulden. Vielen Dank. Aber wir müssen heute noch nichts abbezahlen? Noch nicht. Okay. Das ist erstmal alles erledigt. Das heißt, eine Runde speichern. Speichern und fortsetzen. Erstmal alles erledigt hier. So. Wenn ich erzähle, dass wir alles erledigt haben und wollte gerade sagen, oh, es ist doch so früh am Tag. Wir haben so viel geschafft und es sind fast zehn Minuten vorbei. Was wird der Zeit passiert? Erstmal Post abgeben. Brief abgeben. Du weißt schon, Kalle. Ich habe Hoffnung in dich, Kalle. Gib mir die Kirsche, Mann. Ellie! Post! Brief versenden. Ja, ähm, ähm, jemand aus Hensury. Ja, ja, ich weiß. Kinderleicht. Ey, ich wähle den Brief aus. Ich hab das schon gemacht. Da. Oh, shit. Wir haben 16 Uhr. Ne, 15 Uhr. Vielleicht sind es 10 Uhr. Psst. Ich würde wahrscheinlich die ganze Woche mal mit so den Offset spielen. Und ich denke, dann in der dritten Woche machen wir vielleicht so eine kleine Nachtwoche. Je nachdem, ob ich halt Rüben habe oder nicht. Oh. Ist das der Garten? Ein Gärtner? Der Garten. Der Gärtner, Mann, kommt in die Stadt. Da kann ich mir endlich die ganzen Blumensamen und so kaufen. Ja, nice. Ich hoffe, der ist morgen da. Oh, der wird sowas von gepflanzt, Leute. Warum verkaufst du ein Klo? Ich kaufe mir das Bonbon heute mal nur. Ja, ja, ja. Mhm. Immer noch teuer mit 400 Sternen. Aber. Ich wurde dazu angestiftet gestern. Äh, hier Dinge zu holen. Also tue ich das. Jeden Tag Süßigkeiten kaufen. Ja, ja. Ich komme bald wieder. So, wir haben nichts fürs Museum, oder? Doch, ich habe ein Fossil. Never mind. Wir gehen zum guten Eugen, Schmeugen. Ähm, Geld für Tina und Sina habe ich eigentlich nicht wirklich, ne? Aber wir können trotzdem mal kurz abchecken, ob ich nicht so eine coole Kopfbedeckung habe, womit ich Leute erschrecken kann. Weil dann weiß ich Bescheid, dass ich es mir kaufen muss. Da ist was sehr Gruseliges. Ich sehe es schon. Seht ihr das? Es ist ein Schnauzbad. Ja, es ist wirklich. Lieber nicht. Zu gruselig. Da? Hm, Flachreißhut? Nein, der Preis ist nicht richtig. Äh, ich schätze aber das auch nicht, ne? Nee, 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 nee. Seid ihr jemals in solchen komischen Outfits rumgelaufen? Aha! Das ist es aber. Ah, ha, ha, ha. Der Insektenhelm also. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Dann brauchen wir 1000 Sternes. Bei der Menge an Kirschen, die ich habe, sollte ich die eigentlich bekommen können. Haben wir hier irgendwas Cooles? Ähm, nee, nicht wirklich. Sina, hi. Entschuldige bitte. Wenn sie konzentriert arbeitet, ist sie immer kurz angebunden. Das ist okay. Das ist okay. Ich wollte trotzdem nur mal heute mit ihr reden. Das haben wir erledigt. Jetzt gehen wir zu Eugen. Geben schon mal ein Fossil ab. Und wir kommen sowieso hier noch mal vorbei. Wenn wir dann die anderen Fossile haben, dann geht es noch mal ab. Alter Eugen, was würdest du eigentlich machen in deinem Museum ohne mich? Ja, wie würde dein Laden überhaupt laufen? Verdienst du Geld? Wie hast du überhaupt das Ding hier bauen können? Hey, was ist eigentlich die Geschichte dahinter? Du schläfst auch nur den ganzen Tag. Oh, aber noch bin ich wach. Ach so? Das zählt aber, oder wie? Nee, nee, nee. Alles ausreden, Eugen. Alles ausreden. Gönn dir mal das hier. Da, schau mal. Ja, mhm. Äh, ein Farnfossil. Ja, einverstanden. Dann stifte ich das. Gönn dir. Und wieder etwas zum Museum hinzugefügt. Fühlt sich gut an, was zu schaffen. Deswegen bin ich in Arbeitsklamotten nur unterwegs. Okay, das haben wir auch abgeschlossen. So, Einkaufsmeile, äh, ein bisschen, äh, abgearbeitet. Ah, ich weiß nicht, ob irgendeiner meiner Bewohner vielleicht dort rumgurkt. Bisschen rumschlendert. Ich meine, gibt's ja auch mittlerweile viel zu sehen. Dank mir, der Bürgermeisterin. Was würdet ihr ohne mich machen, ha? Gar nichts, dachte ich mir. Ähm, und jetzt gehen wir runter. Und suchen die anderen Bewohner. Ich muss Heinz noch finden, Luzi finden, Eleanor finden. Ich muss alle finden. Die Musik ist ja ganz anders. Das ist eine ganz andere Musik, die kenne ich gar nicht. Yo. Das ist die große Abwechslung, von der ihr gesprochen habt, oder? Das ist das, was wir wollten. Ein paar andere Töne. Yo, Heinz. Bist nicht zu Hause, ha? Nein, er, er macht den Grind. Er ist am Trainieren. So, wie es sich gehört, ja? Nein, nicht buddeln. Schlagen. Schlagen. Oh Gott, das ist wirklich der Stein. Schnell. Schnell. Du schaffst das. Damn, das sieht fantastisch. Holy shit. Ich hab alle, ne? Ich meine, ein geht ja immer nicht, ne? Es sind immer acht. Damn. Ähm, Leute. Wir sind loaded. Das geben wir für Halloween aus. Ähm. Gebt mal alles schön her. Gott, diese Steine, ne? Es ist ein bisschen absurd, wie viel die eigentlich geben. Schaut euch das an. Jesus Christ. Wirklich. Wir haben einfach so... Oh mein Gott, ich muss das speichern. Wir haben einfach so viel Geld. Speichern und fortsetzen. Einfach mal fast 10.000, ey, wieder. Dabei waren wir so broke. Ich war so pleite. Ja, wenn man in neun Tagen jeden Tag das macht. Da haben wir immer noch nicht genug für den nächsten Kredit. Aber vielleicht hat man genug, wenn man ein bisschen was verkauft. Wie Kirschen. Ich pflanze ja nicht umsonst überall Kirschen hier an. Oh, der Baum wird auch immer größer. In meiner eigenen Stadt, also, ähm, was ich damals gespielt habe, da war der Baum noch nicht vollständig. Ich glaube, ich hab jetzt schon an Tagen einfach mehr gespielt als damals. Bestimmt hab ich's nur so eine Woche mal gespielt. Also, so insgesamt. Oh mein Gott, da ist jemand am Strand. Das hab ich noch nie gesehen. Yo. Ey, Luzi. Wie ist es am Strand? Nice, oder? Moment. Ah, doch nicht. Wie ist es so am Strand, ha? Nicht hinfallen. Mensch, du siehst heute sogar noch mehr aus wie du selbst, Fully. Schnauzi. Als ich das schon gehört hab, dass kein Ton kam, wusste ich, ist es gecrashed. Ah, fuck. Das einzige, was jetzt aber verloren gegangen ist, ist, dass wir Luzi wahrscheinlich nicht mehr am Strand sehen, ha? Tragisch. Also, ein bisschen schade finde ich's schon. Hab dich. Yeah. Eine Nasenschrecke. Hatte ich die schon mal? Ich glaube nicht. Und noch eine. Hatte ich schon mal eine Nasenschrecke? Hey, Huschke. Hatte ich schon mal eine Nasenschrecke? Ey, wenn das nicht mal schon wieder, Fully, ist. Über wo ich heute hingehe, treffe ich dich, Fully. Ich glücklicher. Wir sind Nachbarn. Genau, und für das echt erste Sahne. Danke mal. Also, was gibt's? Unterhalten wir uns. Ein Seepferdchen zu fangen, ist gar nicht so einfach. Ich hab stundenlang probiert, aber die Bieste reißen sich immer wieder von der Angel los. Würdest du vielleicht mal versuchen, mir einen zu fangen? Klar. Danke, Fully. Ich freu mich schon drauf. Cool. Versuchen wir, ein Seepferdchen zu fangen. Kann gar nicht so schwer sein, ja? Ich wollte gerade sagen, das ist doch bestimmt voll leicht. Aber ich hab auch noch eins bisher gefangen. Nee, das ist ein normaler Schmetterling. Meine Bewohner geben mir heute aber echt oft Fangaufträge, ne? Ja, mein Geld hab ich. Das ist wichtig. Das ist wirklich. Was würde ich ohne mein Geld tun? Keinen Kredit abbezahlen, sag ich euch. Keine Kopfbedeckung zahlen, sag ich euch. Hey, Luzi. Wie läuft der Mittag so, Fully? Willst du quatschen? Boah, mein Zuhause ist ja sowas von altmodisch. Das kann man gar nicht mehr mehr als retro bezeichnen. Ich finde meine Inneneinrichtung absolut ätzend. Eine Veränderung muss her. Ich könnte zum Beispiel meine olle Minimallampe loswerden. Aber dafür müsste ich etwas her, was halbwegs die gleiche Größe hat. Vielleicht kannst du mir ja etwas Passendes besorgen. Bin ich immer euer Botenmädchen oder was? Nee, 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 nee. Ein paar Muscheln kann man auch immer mitnehmen, oder? Ich weiß nicht wieso. Ich mag es ganz gerne, die Muscheln hier mitzunehmen und mir zu denken, ja man, die verkaufe ich jetzt. Es ist einfach kostenloses Geld. Versteht ihr? Kostenloses Geld, was hier rumliegt. Free Money. Boys, man. Hinterküder. Küder, guck mal. Geh mal ein bisschen nach links. Bisschen nach links. Nein, nach links. Hast du nicht Augen links? Du bist ein Fisch. Oder was bist du, ha? Bisschen näher ran noch. So. Guck mal da. Küder. Ja, sag ich doch. Nice, oder? Richtig geile. Ja. Oh shit. Ich hab Freddy Flunder gefunden. Oder eine Klische. Das ist keine Flunder. Ich hab gelogen. Es tut mir leid. Immer lüge ich hier nur. Da ist noch ein Fisch. Das ist jetzt ein Seepferdchen, oder? Komm schon. Seepferdchen. Horsey. Komm her. Beim Pfeifen hat man nicht gehört, oder? Ja. Was ist da draußen? Hat gepfiffen. Oder ist das im Spiel gewesen? Ab dich. Ach, ne Makrele. Ja, da krakele ich vor Glück. Immer. Jeden Tag. Da ist noch ein Fisch. Das ist aber, das ist aber wirklich so beim Angeln ein Ding, oder? Irgendwie, ich hab das Gefühl, je mehr man angelt, desto mehr Fische, äh, schwimmen rum. Oh Junge. Das war knapp. Noch eine Makrele. Oder, äh, ich weiß immer noch nicht. Niemand hat, glaub ich, bisher einen Kommentar dazu geschrieben. Ob irgendjemand diese Einbildung kennt, aber ich bilde es mir auf jeden Fall immer ein. Guck mal, da ist sofort wieder... Auslandschale. Da ist sofort wieder ein Fisch. Seht ihr? Sofort wieder eine gespawnt. Komm her. Komm her. Seebarsch. Weißt du, dass es ein Seebarsch ist? Es ist ein Seebarsch, oder? Aha. Ich wusste es. Man erkennt den Seebarsch immer aus dem Meer. Oh, sogar ein ganzer Meter. Yo. Und, äh, ja. Mein Inventar ist voll. Oh, es ist, äh... Ich mein, ich kann das nicht wegpacken. Es ist Zeit, ein bisschen was verkaufen zu gehen, ha? Let's go. Ich mein, ein bisschen Gämmen müssen wir ja auch mal machen, ne? Übrigens sind wir noch keine Kokosnuss gefunden. Aber, wenn ich auf die Insel gehe, kann ich anderes Obst mitnehmen. Aber ich hab mir die Regel gesagt, ah, 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 wir gehen nur an einem Tag die Woche darüber. Also gehen wir noch nicht zur Insel. Obwohl es wahrscheinlich... Man könnte einmal die Ausnahme machen, aber... Na, 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 na. Sonst haben wir viel zu viel Geld auf einmal. Sonst bin ich stinkend reich. Das geht doch nicht. Was ist da mit meinem Image los? Ich mein, ich hab jetzt schon ziemlich viel Geld. Oh, da ist jemand oben. Ist es Huschke? Ja, das ist Huschke, oder? Ja, ich will was verkaufen. Und zwar, ich will das da verkaufen, 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 das da verkaufen, das da und das da, das da und, äh... Die Auslandschale auch. Yeah. Gönn dir. Ja, das ist alles. Das ist eine Menge, oder? 3000. Das ist nicht, Huschke. Es sah ein bisschen katzenartig aus, okay. Das ist Caroline. Das geht. Immer in den Laden führen. Ja, immer Händchen. Jo, war peinlich. Total peinlich. Liebe. Ekelhaft. Peinlich. Disgusting. Ähm. Ich speichere mal. Oder, oh mein Gott. Mein Fuß ist voll eingeschlafen. Ah, mein rechter Fuß. Mein Bein. Scheiße. Ui, 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 ist das unangenehm. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann bitte wieder Blut reinfließen. Spiel. Äh, Spiel? Bein. Ja, Spiel. Sorgt mal bitte dafür, dass in meinem Bein Blut wieder reinkommt, ja? Ui, 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 ui. Danke für den Besuch. Kein Thema. Oh, das kribbelt aber ordentlich. Das kribbelt aber richtig. Kannst bitte langsam aufhören zu kribbeln. Nach einer Zeit ist es nicht mehr schön. Obwohl, bestimmt gibt es Leute, die das Gefühl mögen, wenn es kribbelt, ja? Ich aber nicht. Ich gehöre da nicht zu, okay? Bin ich einer von diesen? Was haltet ihr mich? Sag mal, Luzi, gehst du doch weiter weg von deinem Haus? Ja, heute bin ich ein bisschen unter Stress, unter Strom. Hey, Eleanor, was geht? Aha. Bis zu Hause. Und deine Spüle läuft immer noch. Kann ich so ein Cupcake oder so ein Törtchenstück haben? Ich hab echt Hunger. Bulli, hallo. Ich hab gerade an dich gedacht. Du wolltest über irgendwas Bestimmtes sprechen. Klaudern wir. Ich wollte ihm Kalle holen gehen. Aber jetzt ist mir was dazwischen gekommen. Wolltest du Zeit hast, könntest du Kalle suchen und zu mir bringen? Es müsste allerdings innerhalb einer Stunde sein. Schaffst du das? Immer. Wirklich? Prima. Danke. Mach mal hier aus. Wasserverschwendung. Mensch, denk mal an andere Leute. Ich hab nicht mal Wasser in meinem Haus. Hallo? Und die verschwendet das einfach. Bruder, ich hab dich gesucht. Ey, Flummi, ich wollte dich mal was fragen. Wie lange brauchst du beim 50 Meter Lauf? Bei 50 Meter? 9 Sekunden, 10 Sekunden, irgendwie sowas? Warte mal, eine, ne? Irgendwie so. Irgendwie sowas. Wow. Das hätte ich dir ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ich meine, sowas war das. Ich bin, ich bin Flickerflitzer. Beim Training schaffst du es aber garantiert in 6 Sekunden. 6 Sekunden ist sehr schnell, oder? Also, es ist wirklich schnell. Aber so schnell bin ich nicht. Hm, so. Caroline Huschka hatten wir. Kalle habe ich noch nicht gesehen. Sag mal, Kalle. Ist du irgendwo da oben? Geisterst du hier rum? Bist du im Teich? Ich meine, du bist eine Ente. Würde mich nicht wundern, wenn du ab und zu hier rumschwimmen würdest. Ähm, nein. Kein Kalle. Irgendwie hier oben hingehen die eh nie. Oder? Man könnte bestimmt dort eine Parkbank irgendwie platzieren oder so. Und kein Bewohner würde trotzdem dorthin gehen. Setzen die sich eigentlich auf die Bänke? Ich weiß, in New Horizons sind die sehr viel mehr am, äh, so Dinge tun. Aber, weiß ich, ob die das hier machen. Ey, wenn das nicht mal wieder Fully ist. Über wo ich heute hingehe, treffe ich dich, Fully. Ich glücklicher. Dein Outfit ist erste Sahne, ja, Mann. Kann ich irgendwas für dich tun? Äh, unterhalten wir uns. Hey, ich habe gehört, du sollst eine Quasistrippe sein. Ja. Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Warum gibt es solche Gerüchte nicht über mich? Das ist mal ein anderes Gerücht. Nicht nur Bürgermeister Neuling, Quasilstrippe. Hier ist mein Miniaturwald in Animal Forest. Weil das Spiel heißt immer noch Animal Forest, oder? In Japan. So, hier war irgendwo Baum. Äh, aber da oben ist Fossil. Moment. Ich kümmere mich gleich um Baum, den ich gepflanzt habe. Ich meine, vielleicht wechsel ich ja trotzdem nochmal. Oh no. Da ist eine Falle. Ich meine, ich werde die wahrscheinlich einfach verscherbeln. Das sind einfach 300 Sternes. Hm. Ja, ist eingegangen. Scheiße. Das war zu nah an der Wand. Ich habe mir das gestern so ein bisschen vielleicht gedacht, aber ja, da ist die Bestätigung. Schade. Hm. Moment. Geht mal her. Da ist ja noch was. Und Fossil? Was? Zu dieser Jahreszeit? Und damit haben wir eigentlich unsere drei Stellen gegraben, ne? Bei der einen Stellung muss ja eine Falle sein. Aber dafür habe ich die Huni. Den Hunderter. Den Huni. Worte. Gott, ich bin ein bisschen durch von gestern noch. Es tut mir leid, wenn ich heute vier Blödsinn erzähle. Ich erzähle immer vier Blödsinn wahrscheinlich, aber das ist okay. 12 Stunden Stream ist ganz schön anstrengend, ja? Hm. Die 200 gönne ich mir. Oh mein Gott, wir haben 12.000 Sternes. Ich muss immer noch dran denken. Kopfbedeckung. Und Kalle. Kalle ist auch wichtig. Aber Kalle sollte nicht meine Kopfbedeckung sein. Das ist auch wichtig. Manu zu Hause? Nope. Ob Manu irgendwo hier rumgeistert? Ich meine, hier ist nicht so viel Platz. Noch eine Blume weg. Marius, bist du da? Hm? Nein. Kalle, Manu und Marius sind alle nicht hier. Oh, wo seid ihr dann? Scheiße. Nein, nein, komm her. Danke. Eine Feuerlibelle. Perfekt. So, ich sollte mal wieder ab und zu abspeichern. Manchmal muss man das machen. Fortsetzen. Äh, oh shit. Ich meine, wahrscheinlich wird es heute auch ein bisschen kürzerer Part. Es sei denn, wir wollen doch nach dem Seepferdchen suchen. Ich meine, ich habe aber... Wie kann das eigentlich sein, dass ich meine Bewohner heute schwerer finde als sonst? Okay, laufen wir los? Wir finden die drei. Vor allem Kalle muss ich finden. Vielleicht finde ich noch ein Seepferdchen. Oder irgendein anderes seltenes Getier, was hier rumgeistert. Äh, hey Uschke. Ich bin am Vorbeihuschen. Da ist Kalle. Hab dich. Ich brauche dich, Mann. Hallo, Fully. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Äh, also warum geht's? Du wirst gesucht, Mann. Eleanor will mich unbedingt sprechen. Aber warum denn? Da habe ich irgendwas angestellt. Du kommst doch mit, Fully, oder? Ich trau mich nicht alleine zu Eleanor. Das wird schon, Mann. Komm mit. Komm mit, kleiner Enterich. Ich habe dich dabei. Du folgst mir immer noch, oder? Du kommst aber mit, oder? Wir sind da. Bist du bereit? Rein da. Ganz dicht hinter mir. Ich habe ihn. Was machen wir jetzt? So langsam. Du bist zurück. Wie schön. Oh, juhu. Du warst erfolgreich. Hallihallo, Eleanor. Was wolltest du denn von mir? Ich arbeite in einer neuen Nachttisch-Idee. Nachttisch-Idee. Ich wollte dich um deine Meinung bitten. Oh. Oh. Haben wir hier noch ein bisschen Charakter in der Hinsicht bei den Villagern? Ab und zu. Also einige Villager. Ich weiß gar nicht mal, ob das alle haben. Aber ich weiß, einige Villager haben gewisse Eigenschaften, die sie gerne machen. Und hier in dem Fall passt es ja mit dem Möbelstück hinten. Dass dann wahrscheinlich Eleanor eben, keine Ahnung, so was sie Nachttisch oder so macht. Ja. Ähm. Passt halt sehr gut. Ich weiß, dass einige, einige Charakter in Wild World das auch ziemlich stark hatten. So kleine Eigenschaften. Die sehr unik zu den Einzelnen waren. Was meinst du? Welche Obstcreme würde zum Mangosaube am besten passen? Hm. Kirsche. Ja, das ging lecker. Aber nicht zu wenig. Es darf ruhig etwas mehr sein. Und wehe, du lädst mich zum Test nicht ein. Nicht vergessen. So, ich bin weg. Mir ist langweilig. Wir sehen uns später. Jesus, scheiße. Kein Bock mehr. Geh jetzt zu Hause. Esst was und mal in meinem Malbuch. Tschüss. Ist viel besser. Das war alles? Wirklich? Der ist schon wieder weg. Oh, warte. Ich hatte noch etwas für dich. Eine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit ich dir gemacht habe. Meine Küchenzeile. Was? Okay. Danke. Ich meine, immer gerne. Tschüss. Hm. Immerhin fehlt uns jetzt nur noch Manu und Marius. Also die, die sowieso ein bisschen abgeschotteter leben. Bisschen abseits hier im Dorf. Aber das ist okay. Wir respektieren die immer noch. Ich sehe sie nur fast nie. Also die beiden sehe ich wirklich so selten. Das ist unfassbar. Oh. Mit einer zweiten Brücke könnte ich mir eventuell vorstellen, dass sich das ändern könnte. Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus seht. Aber hier unten, ja. Wenn ich hier unten zum Beispiel eine Brücke machen würde. Ich glaube, das wäre vom Abstand ganz gut. Und ich könnte mir vorstellen, weil die hier direkt wohnen, dass sie dann öfter rüberhuschen wollen würden. Jetzt mal ganz im Ernst. Kann ich eine Brücke schon in Auftrag geben? Ich gehe mal mit Melinda reden. Ich habe zwar das Geld noch nicht, aber wenn ich das jetzt schon mache, dann geben die Villager ja je nach Freundschaft auch jeden Tag ein bisschen Geld rein. Also es würde ja ein bisschen Progress reingehen. Also. Ich habe einen Job für dich, Melinda. Ja, was kannst du für mich tun? Äh, Stadtverschönerung. Okay, ja, ja. Ich weh was aus. Derzeitige Anfragen. Yo. Ein B.U.A. Warte mal. Was? Ist das von Resetti? Ist das seine Dingens? Eine Steinbrücke? Eine Hängebrücke? Er kann eine kleine schöne Hängebrücke machen, ne? Eine Parkbank. Ziehbrunnen. Springbrunnen. Eine Uhr. Eine Gaslaterne. Ein Campingplatz. Oh. Ein Holzzaun. Höhe. Hydrant. Designerschild. Okay. Fotowand. Verbotschild. Wofür das eigentlich? Also ein paar Dinge verstehe ich nicht ganz so sehr. Aber ich denke, hm. Eine schöne Steinbrücke oder eine Hängebrücke? Ja komm, Century hat eine Steinbrücke. Hm, hm. Auf geht's. Sofort dran arbeiten. Ja, wir suchen nach einem Ort dafür. Folge mir. Wie ein Hündchen. Moment, du bist ein Hündchen. Aber folge mir. So, wir müssen hier durch. Das ist ganz wichtig. Der Weg ist relevant. Wir gehen nämlich hier dran vorbei. Siehst du? Siehst du? Siehst du das Problem? Keine Brücke. Exakt. Also möchte ich ganz gerne die Brücke hier hinsetzen. So, hier. Soll die Steinbrücke hier gebaut werden, Frau Bürgermeisterin? Ja, bitte. Versehen. Ja, hier ist ein perfekter Ort dafür. Wenn alles fertig ist, wird es ungefähr so aussehen. Wunderschön. Was meinst du? Ja. Ja. In Ordnung. Dann sollten wir jetzt schnell alle Vorbereitungen treffen. Vielleicht kann ich mir so zur Regel machen. Jeden Tag 1000 Sternen ist mindestens rein. Dann brauchen wir ja nicht ewig mehr. Das dauert dann 128 Tage. Fuck. Ja, ja. Es ist Spendenkist. Ich weiß. Drei Brücken. Ja, ja, ja. Ich bin beschäftigt hier. Okay. Ich würde sagen, wir speichern nochmal. Speichern und fortsetzen. Vielleicht kann ich auch einfach die Hälfte meines Erzeugnisses heute abgeben. Wenn ich jeden Tag die Hälfte meines Geldes abgebe, dann sollte eigentlich eine Menge dabei rumkommen. Ja, Problem ist halt, dass man das dann aufteilen muss mit Haus und Brücke. Und deswegen will ich eigentlich die Rüben. Die Rüben gewinnen. Das Spiel. Ihr wisst schon. Ich will dort im Lotto gewinnen. Ist voll wichtig. Aber meine Rübenpreise waren ja einfach unerhört. Einfach viel zu teuer. Na, weißt du was? Komm. Ich mach mal ne Anzahlung. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich bin dabei. Spenden wir mal ein bisschen was. Machen wir ne kleine Anzahlung von 6.000. Ich hab ja tatsächlich ein bisschen Geld heute gesammelt. Also nur noch 122.000. Yay. Das ist überhaupt nicht viel oder so. Ja, mit nem Inselbesuch ist das eigentlich geklärt. Aber, you know. Bitte breit's auch nochmal zum Museum. Hab dich. Hm. Ein Orchideen-Mentis. Ah. Jetzt hab ich immer noch nicht Manu und Marius gefunden, ne? Wir gehen trotzdem ab in die Einkaufsmeile. Hab ich was bei Nepp und Schlepp gekauft? Ja, ja. Ich hab ein Bonbon gekauft. Ich hab beim Neppi und Schleppi ein Bonbon gekauft. Und da wird weitergearbeitet. Und dann werde ich auch noch so viel Geld wahrscheinlich für Blumen oder so ausgeben. Ob der irgendwie dort, äh, andere Früchte anbietet? Nicht wirklich, ne? Keine andere, äh, keine andere Obstsorten. Eugen, Schmeugen, ich hab da was für dich. Mhm. Du bist immer am Schlafen. Ich weiß. Wie oft reden wir am Tag miteinander, Eugen? Ich bin jeden Tag hier. Das ist mein 8er Tag. 8er Tag schon. Oh mein Gott. Leute, bald haben wir 10% schon durch. Das sind ja wirklich Prozent pro Tag. Aha, aha. Ein Dimetrodon-Schwanz. Achso. Das hast du schon. Nice. Mehr Geld für mich. Ich wär etwas anderes stiften, aber. Ich glaube, die Nasenschrecke hast du schon. Okay. Aber die Klische, die ist neu. Die ist neu. Siehst du? Etwas Neues. Ja, ja, ja. An dein erstes Federkleid. Warum ändern dich alle Fische an dein erstes Federkleid? Das ergibt gar keinen Sinn. Was labert der Mann manchmal? Ich hab nichts zum Stiften. Ich wollt B drücken. Ich hab aber A gedrückt. Tut mir leid. Ich weiß, wie das funktioniert, Eugen. Was möchtest du tun? Speichern und fortsetzen. Wir haben wieder was geschafft. Wir haben fast die 40 Minuten rum. Leider ein bisschen ärgerlich, dass ich Manu und Dingens nicht gefunden hab. Hm. Okay. Ich schau hier im Museum, ob ich Marius und oder Manu finde. Mindestens eine von denen. Irgendwo könnten die durchaus sein. Und, äh, dann kann ich durchaus mit denen noch reden. Aha, hab dich gefunden. Oho, Fully. Du auch hier. Ist ja ein Zufall. Hm. Was gibt's denn? Unterhalten wir uns. Hm. Eigentlich sind Faszinien ja nicht mehr als überdimensionierte ranzige Knochen. Wissen wir, die Idee hat, auf sowas, äh, sowas auf Sockeln aufzustellen. Yeah. Endlich sagt's mal einer. Ekelhaft, überdimensionierte, komische Knochen. Einfach vergammelt. Geschichte? Unwichtig. Glaub ich mag Marius nicht mehr. Ich glaub er ist ein Vollidiot. Oh. Aber ja, wenn ich die Brücke dort hab und sowieso später auch Bewohner dort, ähm, auf der anderen Seite, äh, ziehen würden. Ich glaube, wenn ich halt weniger mit denen rede, dann besteht mehr die Gefahr, dass sie vielleicht ausziehen. Und wir können dem Ganzen halt sehr entgegenwirken, denke ich, wenn ich einfach besseren Zugang hab und die halt mehr auf die andere Insel können. Aber das könnte auch einfach dazu führen, dass ich, äh, eine schwerere Zeit habe, sie zu finden. Naja, keine Ahnung. Wir werden's sehen. Ich denke, Vorteile sind auf jeden Fall da. Ja, ja, ja. Manu ist nicht hier auf jeden Fall. Können mehr als ein Bewohner eigentlich im Museum sein? Ich weiß es nicht. Ich wusste bis eben nicht einmal, oder bis gestern nicht einmal, dass die überhaupt hier, ähm, in New Leaf rumgeistern können. Ich weiß, in New Horizons sind die gerne mal im Museum. Und ich glaube, jeden Tag muss sich auch mindestens ein Bewohner immer im Museum finden. Aber allgemein... Ob's mehr geht? Und dass es hier geht? Keine Ahnung gehabt. Obwohl unbedingt Bock haben, jeden Tag hier rumzulaufen, hab ich ja eigentlich auch nicht, ne? Hm. Ich mein, ein bisschen mehr Freundschaftspunkte mit Manu haben wir ja als mit Marius. Ist also vielleicht okay? Ein bisschen. Wenn ich überlege, wenn wir einen Inseltrip machen, dann wird sowieso erstmal alles ans Museum gehen, oder? Außer Kokosnüsse. Die kann ich pflanzen. Der erste Inseltrip wird sowieso kein Geld geben. Oh nein. Bees! Weg hier! Die Bienen! Sie kommen! Ich glaube, ich finde sie hier nicht. Keine Manu. Bei dem Fischen? Bist du hier? Das Museum wirkt aber kleiner als in New Horizons, ne? Recht, dass da 3DS-Teil nicht ein größeres Museum hat. Aber die Musik ist so schön entspannt. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wo bist du eigentlich? Wahrscheinlich geistert die eigentlich irgendwo in Century rum. Irgendwo in der Stadt. Vielleicht ist sie im Laden. Ne, da war Caroline letztens. Ah, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht, Mann. Vielleicht ist sie auch wieder zu Hause. Manchmal fragt man sich echt aber, wo die ganzen Leute hinlaufen immer. Wenn man sie nicht findet, oder? Ist das euch auch passiert? Ein Villager ist einfach so verschollen und man denkt sich so, Wo bist du? Wie kannst du eigentlich komplett verschwinden? Sodass ich dich gar nicht mehr finde den ganzen Tag. Da kommt man sich ein bisschen vor wie ein Stalker. Aber berechtigt? Ich denke... Oh, Moment. Absolut berechtigt. Ich hab's nicht vergessen. Nur fast. Aber nicht ganz, okay? Könnt ihr mir nicht vorwerfen. Ich war schon mal hier. Ich will das da haben. Mh, 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 mh. Kaufen. Alles für Halloween. So, perfekt. Und ich bin wieder weg. Tschüss. Ja, ich glaub, das mit den Seepferdchen wird aber heute auch nichts mehr, ha? Oh, das ist ein bisschen schade. Husch, Mann. Oh, der wird so sauer sein. Der hat sich so sehr auf ein Seepferdchen gefreut. Und dann hat er kein Seepferdchen bekommen. So frech von mir. Richtig frech. Ich hab heute auch generell, glaub ich, gefühlt weniger mit den Bewohnern gesprochen, oder? Oder? Irgendwie mit anderen Dingen so beschäftigt. Weil manchmal, ähm, ist man halt mit anderen Dingen sehr beschäftigt, okay? Wie Bewohner suchen, bevor man mit ihnen redet. Oh, ich seh jetzt auf der Karte, da ist ein Gyroid. Oh, der fällt mir ein. Ich hab bisher noch kein Gyroid, äh, ausgebuddelt. Sind die hier auch seltener? Wie ein, ähm, Ding ins New Horizons. Da hatte ich nämlich auch nie einen. Ich weiß, dass die überhaupt später erst dazu kamen. Ich mein, das erklärt einiges, aber... Ich hab bisher nie, ich hab nie einen bekommen. Hm, alles außer Sanddoller kann man immer mitnehmen, ne? Wie viel Platz hab ich noch? Äh, äh, einer geht noch. Sag ich doch, einer geht noch. Schauen wir mal, ob Manu vielleicht am Strand ist. Nee, ne? Hm, hm. Keine Ahnung, wo bitte Manu sein soll. Ich mein, ich kann auch mal durch die ganze Stadt laufen und werd sie wahrscheinlich nicht finden, oder? Jetzt ist sie hier im Laden. Jetzt ist sie hier drin. Passt auf. Ich seh's, komm. Können die bei anderen Villagern zu Besuch sein? Sieht aber nicht wirklich so aus, als... Nee, hier ist niemand. Nö. Absolut niemand da. So, ich will was verkaufen. Oh, wir können mal, äh, aus Interesse auch mal die Rübenpreise nachfragen. So, alles hier verscherbeln. Nice. Jemand ist hier reingegangen. Habt ihr das gehört? Ich hab die Glocke gehört. Zehntausend! Holy shit! Buschke ist hier, na? Die Gegenstände, die hier verkauft werden, haben sicher bei ihren Vorbesitzern Interessantes erlebt. Ja, die haben eine Geschichte zu erzählen. Wenn man das so sieht, ist jedes Stück etwas Besonderes. Absolut. Ich sag doch, die haben eine Geschichte zu erzählen. Leider nicht, Manu. Ob ich sie noch finden werde? Wir sollten noch mal speichern. Und dann würde ich sagen, als allerletztes Ding kann man noch mal versuchen, sie zu finden. Einmal können wir noch überall durchrennen. Und dann können wir schauen. Und ich werde sie nicht finden. Und dann bin ich ganz enttäuscht und sage, ja cool, ich hab sie nicht gefunden. Sorry, Mann. Und dann werden alle sagen, buh, Fuli, du hast sie nicht gefunden. Und ich werde sagen, es tut mir leid. Und dann ist der Part vorbei. Das ist ja da, um eine Geschichte zu erzählen. Hab ich eigentlich alle Kirschbäume abgeschüttelt, ha? Jo, der ist aber ein bisschen stehen geblieben. Ich meine, ich kann ein bisschen mehr Geld noch reinwerfen, ha? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 22.000. Ich bin dabei. Ah, ich könnte 12.000 reinballern. Dann haben wir genau 100.000 noch. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich glaube, nee, da haben wir genau 100.000. 110.000 haben wir dann. Ich denke, bevor ich das nächste Haus auch ganz abbezahle, kümmere ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr um die Brücke. Ich denke, das ist eine größere Priorität erstmal. Hab dich. Ich meine, wenn die auch durch ist, dann können wir die... Ach. Mein Haus ist halt günstiger als diese Brücke, ey. Da... Was? Hä? Aber... Huschke... Kannst du mich teleportieren? Bruder, was? Ey, Heinz. Na, was geht, altes Haus? Hey, Flummi. Ich hoffe, du hast genug Kohlenhydrate und Proteindrinks dabei. Ich habe noch gar nichts gegessen. Seit gestern. Und ich habe Hunger. Ich auch. Und immer, wenn ich in Century hungrig bin, esse ich eine schöne Kirsche. Ey, Flummi. Nein! Crash! Fuck. So, was haben wir alles verloren? Ich glaube nicht wirklich was, außer den Einfang der Gottesanbeterin. Und ich habe halt nicht gespendet. Ich meine, das ist okay. Das kann man ein bisschen verschmerzen. Das ist in Ordnung. Ähm. Viel schlimmer ist, dass ich Heinz jetzt nicht nochmal gesehen habe. Heinz. Ich glaube, der ist bei sich. Ich werde sowas von nochmal kurz mitreden. Ähm. Und hoffen. Ich hatte gerade so die Hoffnung, dass er mir nämlich eine neue Frucht oder so gibt. Und sagt, jo, Kirschen sind schon geile. Aber weißt du, was auch nice ist? Hier, ähm. Ein Apfel. Und dann denke ich mir, nice, wir haben Äpfel. Wir geben mehr Sternen. Das war die Fremdsinn in der Stadt. Dann kann ich die jetzt pflanzen und kultivieren. Und dann werden wir reich. Und jetzt finde ich den nicht mehr. Heinz. Nein, das ist Kalle. Du bist nicht Heinz, Kalle. Warum tust du so, als wärst du Heinz? Habe ich wirklich alle Kirschbäume auch abgeschüttelt? Wahrscheinlich habe ich das getan. Ähm. Manu haben wir auch bisher noch nicht gefunden dann, hä? Auch nicht im Vorschaubildschirm oder so. Buschke ist bei sich jetzt zu Hause. Ich meine, wenn man das Spiel so lädt, dann ist ja sowieso alles ein bisschen... Die Positionen, die, die, die Villager sind eh alle ein bisschen resettet. Ähm. Das heißt, Manu kann sonst wo jetzt auch sein. Ist ein bisschen das Problem. Hm. Aber ich denke, das ist okay. Nein. Okay. Du hast aber was, ne? Nein. Okay. Du aber. Nein. Ich habe mein Glück verloren. Ich habe es nicht mehr drauf, Chat. Ich habe es nicht mehr drauf. Ich muss aufhören damit. Ich kann es nicht mehr. Da kommt kein Geld mehr vom Baum. Es ist aus. Es ist wirklich aus. Vielleicht habe ich mein ganzes Glück verbraucht. Und ich habe vergessen, die Rübenpreise nachzufragen. Ah, shit. Hey, Marius. Ist Manu zu Hause? Manu ist zu Hause. Let's go. Immerhin haben wir das doch geschafft. Immerhin haben wir das Ziel noch erreicht. Ich meine, das ist besser als gar nichts, ne? Nette Bude hier. Sehr, ähm, blau. Oh, Wully. Schön, dich in meinen bescheidenen vier Wänden begrüßen zu dürfen. Komm ruhig rein. Wolltest du etwas mit mir besprechen? Erzähl mir was. Oh, Wully. Ich frage mich langsam, ob dir eigentlich bewusst ist, dass du Dinge verordnen kannst. Ich weiß. Aber willst du das bezahlen? 20.000? Hm? Als Bürgermeisterin von Century ist das gewissermaßen deine Pflicht. Ich denke, mit deinen Verordnungen könntest du ihr einiges bewegen. Denke einfach drüber nach. Es wäre mir zu politisch hier. Ich gehe, Manu. Aber immerhin haben wir mit ihr geredet. Ich habe Kalle eine Frucht geschickt auch. Wir haben alle gefunden. Ich habe ein bisschen Geld gesammelt. Ich habe eine Brücke in Auftrag gegeben. Ich habe Huschkes Job nicht erledigt. Ich werde jetzt noch diesen Fisch fangen. Wir haben einiges im Museum noch dazu beigetragen, ja. Ich denke, es war ein produktiver Achtertag. Guter Stade in die Woche, könnte man sagen. Ach ja, und ich habe Tom Nook gesagt, er soll mein Haus vergrößern. In der Einkaufsmeile wird auch noch Dingens gebaut. Regenbogenforelle, nice. In der Einkaufsmeile wird ja noch der Gärtner gebaut. Und ich denke, wir haben morgen viel zu erleben. Viel zu machen. Deswegen... Speichern und beenden. Beenden wir für heute. Es ist vorbei. Es ist zu Ende. Tschüss. Ich denke aber, das war ein produktiver Tag auch. Mal schauen, was wir morgen denn alles machen können. Ich denke, es gibt viel zu tun. Viel zu tun. Vor allem, wenn ich dann Blumen kaufen kann und überhaupt pflanzen kann. Dann kann man da die Stadt ein bisschen verschönern. Vielleicht zieht ja auch jemand Neues morgen in die Stadt. Wer weiß. Vielleicht haben wir neue Kirschen. Und ich kann ein paar neue Kirschbäume pflanzen. Sollte ich vielleicht echt mal machen. Ja. Schauen wir morgen. Geld sammeln auch. Für die Brücke. Und mein Haus. Wir können mal ein Haus neu einrichten, weil ich Platz haben werde. Das wird interessant. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Hier sind noch andere Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage gute Nacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.